Wir begehen diese Tage viele Gedenkfeiern, weil vor 100 Jahren Frauen das erste Mal wählen durften. Dafür haben viele Frauen, vor allem auch ein paar Männer, aber viele Frauen gekämmt. Das, was wir heute feiern, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Eigentlich mutet es für viele Frauen wahrscheinlich ganz merkwürdig an, dass es überhaupt mal eine Frage war, ob Frauen zur Wahl gehen dürfen. Wir begehen dieses Gedenken mit als Linke und wir wollen aber auch dafür sorgen, dass endlich auch eine entsprechende Praxis daraus folgt, weil noch immer sind Frauen nicht paritätisch in den Parlamenten vertreten. Wir wollen das auf verschiedenen Ebenen ändern. Das eine ist sicherlich die Änderung des Wahlgesetzes. Ein Wahlgesetz, das es möglich macht, dass Frauen wirklich zu 50 Prozent auch in dieses Parlament einziehen können. Das erreicht man zum Beispiel dadurch, dass man Wahlkreise vergrößert und immer ein Mann und eine Frau zusammen antreten müssen. Das Zweite ist aber, dass wir auch das Parteiengesetz ändern müssen, weil viele Frauen auch in ihren Parteistrukturen oder an den Parteien scheitern und viele Parteien, die Linke zum Glück nicht, wir sind 50 Prozent quotiert, aber viele Parteien halt Frauen nicht gleichberechtigt auf ihre Listen nehmen. Aber das ganz, ganz Entscheidende für uns als Linke ist, dass es eben nicht ausreicht, dass wir ein entsprechendes Wahlgesetz haben, sondern dass wir wissen, dass Frauen, weil sie kein Geld haben, um sich politisch einzubringen, weil sie keine Zeit haben, um sich politisch einzubringen, von der politischen Arbeit abgehalten werden. Und deswegen wollen wir uns ganz besonders um Fragen der sozialen Gerechtigkeit kümmern. Wir wollen dafür kämpfen, dass Frauen nicht mehr die Hauptlast zu Hause und in schlechter bezahlten Arbeiten wegträgt. Wir wollen, dass alle Frauen sich auch politisch beteiligen können und genug Zeit haben für Politik, für Teilhabe und auch für ihre Familie und Beziehungen.